Und hier rüber irgendwie. Ja, springt da nicht mal. Au. So war das nicht gewollt. So war das definitiv nicht gewollt. Ich weiß gar nicht, wo und wie ich jetzt hier wieder wegkomme. Oh, so sieht es einigermaßen gut aus. Hm. Was kann das noch bewirkt haben, dass wir jetzt hier Eis haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Hm. Ich vermute fast, bei dieser Kamera muss man sich irgendwie verkleiden oder sowas. Wie eine Knochenmaske aufsetzen oder so. Frag mir nicht. Hm. Hm. Ja, und sonst gibt es halt jetzt hier nichts, was ich machen kann, glaube ich, ne? Oder doch, oder vielleicht. Ich wusste halt nicht, was. Was, sonst würde ich dann jetzt tatsächlich erstmal endlich zur nächsten Welt gehen. Ja, das ist quasi hier, wo wir jetzt reingegangen sind. Wenn wir jetzt hier durchkommen, kommen wir dahin, wo die, ähm, wo diese drehbare Schräge ist. Ah, wenn sie denn da wäre. Okay. Gut. Oh. Ich springe hier mal ganz kurz runter und starten wir am Anfang. Hoffe ich. Ah, nee, hier sind wir. Okay. Meine ich aber da eben gerade hier noch was gesehen zu haben. Könnte aber auch einfach nur eine Ebene sein, wo wir schon gewesen sind. Aua. Warum ich jetzt keinen Fallschrank gekriegt habe, ne? Ist auch mehr Glück als Verstand. Genau, hier waren wir. Das ist wohl hier in der Ecke hier. Das, das, ähm, Herzcontain, hätte ich jetzt bei einer gesagt. Das, ähm. Schmetterlingsgesundheitsstrecker gewesen ist. Irgendwo hier soll jetzt auch noch diese Energiestrecker sein. Nun befürchte ich fast, dass wir hier an einigen Stellen erst etwas später lang kommen. Wenn wir dann halt auch sowas haben wie diesen, ähm, Sprung, den wir machen können, wenn wir halt so sind und dann springen. Und, ähm, zudem gibt es halt noch eine Fähigkeit, mit der Leili uns hier so ein bisschen durch die Gegend fliegen kann. Für ein paar Sekunden. Ich glaube, drei Sekunden oder sowas. Na, das ist dann ein Dreifachsprung mit leichter Verlängerung durch Leili. Ne? Also, nein. Eigentlich ist es immer ein Doppelsprung mit leichter Verlängerung. Das ist es quasi. Ja, gut. Dann, würde ich mal sagen, gehen wir erstmal endlich ins nächste Level. Yay! Wird ja auch Zeit. Es wird wirklich Zeit. Ja, wir sind jetzt hier, keine Ahnung, über drei Stunden, glaube ich, rumschalziert in dem Level. Das ist schon, ne? Wir sind ja noch nicht fertig da. Wir sind da noch nicht fertig. Wollen wir sich mal, äh, ne? Vorm Auge führen und so. Wir sind noch nicht fertig. So. Dann wollte ich jetzt hier nochmal ganz kurz gucken. Ne, hier kann ich tatsächlich nichts mehr machen auf dem Dingens. Da haben wir das Mistding. So, und jetzt müssen wir gucken, wo und was und wie wir denn zum nächsten Großwälzer kommen. Ich höre einen Pagy, aber ich glaube, der ist oben. Keine Ahnung, was das für ein Steuerpult ist. Hm. Ich vermute sehr, dass es irgendwie da in der Röhre drin hier. Wie auch immer man da reinkommt, fragt mich nicht. Auf jeden Fall geht es hier noch irgendwie irgendwo hin. Aha. Okay, das kann man wohl irgendwie später noch zerstören. Genauso aber auch auf der anderen Seite. Und dann würde man wahrscheinlich dann in die Röhre kommen. Was? Ja, wirklich. Also wirklich. Ja, also Juka, du könntest dir ruhig was anziehen. Mal ganz ehrlich, ja. Mal vom Mammut zu, zu Echse. So, und wo komme ich jetzt hier weiter? Wo kann ich jetzt Nächsten Großwälzer herholen? Und eine Kiste? Nee, das ist einfach nur Atommüll. Na dann. Da bade ich ab. Deswegen leuchtet hier alles grün. Ich verstehe. Okay. Ähm. Geht, wo ihr wohnt. Ach, da müssen wir abkühlen. Moment, wir hatten noch irgendwo so eine Plume. Wo war die? Wo war die? War die hier nicht irgendwo? Da! Ich hatte ja schon mal mit einem Reptier zu tun. Große Zähne. Kristall besessen. Es hielt nicht lange durch. Aha. Das ist eine Anlehnung an eins ihrer anderen Spiele gewesen. Hatte nicht hier Donkey Kong irgendwie so einen Krokodil als totalen Oberbösewicht? Ich weiß nicht. Das könnte aber sein. Gehen wir ihn mal hoch. Ah. Ja, so war das natürlich nicht gewollt. Okay. Ein Schalter. Ui. Was haben wir hier? Ah. Nein. Doch. Ja, schon. Also, der Schalter, äh, die Plattform bringt uns runter. Aber das will ich jetzt gar nicht. Hier will ich lang. Auch wenn ich nicht weiß, wo ich hinkomme. Puh. Mal gucken. Ich glaube, diese Apparaturen, die manchmal an der Wände stehen, sind so ein bisschen so... Kapitel B's Büro. Schnell, Quack. Ein eigener Anruf. Äh, seien Sie gegrüßt. Ich hatte nicht mit Ihnen gerechnet. Bitte erlauben Sie mir, Sie mit unserem Fortschritt vertraut zu machen. Zuerst einmal möchte ich bestätigen, dass ein gründfingiger Teil unseres Personal zerbordet wurde. Das hat den Vorteil, dass wir große Mengen Gehalt einsparen. Hm? Ich schwöre, es gibt keinen Grund zur Sorge, Herr Vorsitzender. Ich habe das Einbuch termingerecht beschafft und die entkommenden Pages werden wir bald im Griff haben. Ich versichere Ihnen, meine Herren, das sonderbare Duo hat kein Schimmer, was wir tatsächlich im Schilde führen. Sobald das Buch voller Pages ist, werden wir Sie und die ganze Welt beherrschen. Der wohlste Lache hier einfügt. Mist, dieser Deal wird alle viertelminutischen Lächter. Ich hoffe, in zukünftigen Spielen bleibe ich von denen verschont. Dr. Quack, es ist Zeit, die Zukunft zu radikalisieren. Wir müssen die Fortschritte der Eindringlinge bremsen. Haben Sie Ideen? Naja, Sir, ich habe ein paar richtig fiese Quizfragen. Ein böses Quiz? Perfekt! Es war also doch gut, den Glück für mich mehr als den Mindestlohn zu zahlen. Quack, an die Arbeit! Oh nein, ein böses Quiz. Ja, das kann ja was werden. Dr. Quacks Quiz-Time. Herzlich Willkommen, ich bin Dr. Quack, der Moderator. Schau, Lilly, das ist sicher Capital B's großer Schergen-Manager. Wenn Groß eine Stellenanforderung war, wird der Typ ihr nicht gerecht. Vielleicht lässt er uns vorbei, wenn wir ihm ein paar Brotkrum hinwerfen. Ruhe, wie sehr habt ihr in meiner wissenschaftlichen Buchwelt einen Ausfriedensbruch begangen. Und jetzt werdet ihr dafür bestraft. Mit dem schrecklichen Schnellfeuer-Quiz. Okay. Mit dem was? Ihr müsst 10 korrekte Antworten liefern, um eine Fragenattacke zu überleben. Wenn ihr eine Frage korrekt beantwortet, lasse ich euch weiter. Aber bei einer falschen Antwort verliert ihr ein Leben. Wenn ihr alle drei Leben verloren habt, geht es am Start von vorne los. Für richtige Böse, für richtige Böse, für richtige Böse reichte wohl das Budget nicht mehr. Und jetzt dreht ihr vor, es gibt einen anständigen Rätselrabatz. Oh Gott. Die lichterliche Kuh, Dr. Putz, mit ihrem Fischglas. In was verwandelt ihre erste Transformation? Äh, eine Platze. Das war sicher nur glücklich geraten. Verflickst und zugenäht. Eine super schnelle, korrekte Antwort. Das gibt zwei Punkte. Okay. Die ahnungslose Wissenschaftlerin, Dr. Putz. Wonach sucht sie immer? Molekül. Mumpitz, ich hätte schwierigere Fragen stellen sollen. Das war wieder eine super schnelle Antwort. Das finde ich toll. Dieses Bild. Wo wurde es gemacht? Beim Automat, na, beim Dingensautomat. Spielhalle. Mist, ihr habt die Antwort bestimmt abgelesen. Einzieht sich in meinem Glas, Spiegelte. Ja, bestimmt. Die Pages, legales Eigentum von Highway Towers. Wie viele habt ihr insgesamt? Pfff. 19. Verdammt, ihr seid eindeutig am Schubeln. Das war geraten. Diese garstigen Ghostweiter. Welche habt ihr in den Stammblock-Truppen zuerst gefangen? Oh. Äh, gelb. Pah, ihr habt auf Jukapedia nachgeschaut. Nicht wahr? Ja, natürlich, Jukapedia. Verdammt, bei der Präsentation für dieses Quiz wurde uns diese Frage als unlösbar verkauft. Diese Niederlage wird bei meiner nächsten Leistungskontrolle genauer unter die Lupe genommen werden. Egal, ich werde einfach das nächste Quiz so schwierig machen, dass selbst ein Lösungsheft euch nicht helfen wird. Oh Gott. Bis zum ersten Mal, ihr Dussel. Oh Gott. Aber warum stellt er uns auch Fragen, weißt du, die eigentlich nur wir wissen können? Okay, Reitdoktivo ist fast zerstört und das ist nicht weiter schlimm.